So, erste Welt. Der Doppelsprung ist aber auch nicht gerade. Ah, das ist auch ein reines alter Pferd, aber ein krasserer Soundtrack. Hast du auch von Bonjoa gesehen, ne? Wahrscheinlich. Die haben das auch mal eine Zeit lang besucht, oder? Kann man denn genau dazwischen landen? Der Doppeljump. Mir geschießt. Ne, bei einem Saarländer. Aha. Oh, Dallam. Da muss ich dann ganz schnell die Kamera drehen. Hier, hier, hier. Haha. Mann. 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 Das ist nicht so, was ich weiß, was ich weiß. Jetzt! Vielleicht sollte ich auch ein bisschen ruhiger da sein. Ja. Einfach hier quer durch. Kann ich hier drauf stehen? Nee. Da muss ein Eiger werden. Alles klar, das haben wir. Okay, wir brauchen da richtig... Wie viele LKWs vor uns. Verrücktes Spiel, oder? Eigentlich macht das gar keinen Spaß. Aber irgendwie hältst du dich hier so fest. Und wir... Und wir... Wir sind also... ... ... ... ... ... Aber wir hören gleich auf. Gleich hören wir auf. Jetzt! Du darfst auch hier nix berühren. Außer die älteren. Das mit dem Meme verstehe ich nicht. ... Da kommen ganz viele LKWs von oben. Shit. Und dann habe ich diesen blöden Stock vor dir. Scheiße. Ah, Mann, ich hätte mich korrigieren dürfen. Einfach gemütlich ins Ziel. Ich habe das überlebt. Oh, der Trautmann spielt auch mit. Ich habe das genau gesehen. Der Trautmann spielt da vorne mit. Er ist schon wieder der Felsen. Da, Trautmann. Habe ich einen Discord verlinkt? Okay, gucke ich später. Uh! Falls Trautmann überhaupt kapiert, warum ich sage, dass er mitspielt. Kann ja sein, dass er das gar nicht passt, was ich meine. Was ist das Ziel? Oh, nein. Oh, nein. Ich glaube, jetzt hätte ich auch einfach, kann ich nicht auf der Motorhaube einfach mitfahren? Dann brauche ich gar nicht springen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Genius, motherfucker! Let's go! Wo war ich jetzt bis im Ziel? In Wirklichkeit musst du eigentlich gar nichts machen in dem Spiel. Okay, ich muss das Fahrzeug wechseln. Ja, die sind falsch abgebogen. Oh, ich habe es trotzdem noch geschafft. Trotzdem noch geschafft. Weil ich bin der Hoppelhase und deswegen hoppele ich hier von einem Track... Oh, Trautmann spielt auch schon wieder mit. Von einem Track zum nächsten. Guck mal, das ist genau mein Game, oder? Genau mein Game, mein Hoppelspiel. Ne, raff der nicht. Oh, Trautmann, dass du das nicht raffst, ne?